Ja, Diamantspitzhacke brauchen wir jetzt, wenn wir die haben, dann gehen wir auch gleich wieder zurück, weil es so lustig ist. Aber davor lege ich das ganze Niederzeug mal ab, weil das brauchen wir ja nicht mehr. So, weißt du, habe ich mir extra noch zwei Spitzhacken gemacht und dann muss ich trotzdem wieder zurück. So sieht übrigens die Welt ohne Shader aus. Ist aber auch schön irgendwie. Findest du nicht? Naja, ich kann jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Okay, gut, hast recht. Aber du kennst ja die Minecraft-Welt ohne Shader. Ja. Aber ich finde es mit Shader doch schöner. Absolut, verständlich. Ach, hier ist der Zombie-Mann von eben. Jetzt rennt er wieder zurück in die andere Welt. Der will einfach nur weg von dir. Das kann natürlich auch sein, ja. Oh nein, da ist der Wahnsinnige mit dem Schwert. Oh nein, der friert dich schon wieder. Ja, doch, das kann sein. Ich müsste mal mit ihm reden, aber er will nicht mit mir reden irgendwie. Vielleicht hast du da doch recht. Warum spawnen hier normale Skelette? Also das ist echt... Konrad, du kannst ja mal nach der Aufnahme oder also irgendwann, wenn du Bock hast, kannst du dir mal auf irgendwelchen Internetseiten nachlesen, seit wann Skelette in Neter-Festung spawnen. Und dann kannst du mich unter meinem Video belehren darüber. Das werde ich tun. Dann kannst du den Spieß mal umdrehen. Und zwar völlig. Okay, das Skelett kommt doch nicht. Gut. Okay, dann, äh, ja. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Und machen mal. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wie du schon gesagt hast, wo wir rauskommen. Ich hoffe, er ist weit genug weg. Ich meine, große Touren in die Richtung haben wir nie getan. Ich hoffe es zumindest. Jetzt komme ich am Ende so bei einem anderen Haus von mir raus oder sowas. Das wäre ja geil. Ja, hm. Das so geil wäre, hm. Aber guck mal. Wird schon, wird schon schief gehen, denke ich mal. Ach, wir sind auch im Übrigen mittlerweile auf Level 30. Also perfekt zum Sterben praktisch. Dann solltest du jetzt mal was verzaubern. Ja. Ich sollte erstmal wieder heimkommen. Okay, jetzt bauen wir das Ding hier ab. Das ist auch sehr spannend. Wie läuft es denn bei deinem Let's Play so? Erzähl doch mal einen Schwung. Jo, was soll ich? Gestern habe ich wieder aufgenommen. Ja. Habe ich meine Diamantspizzacke verzaubert. So. Ja, was hast du denn da für einen Zauber drauf? Effizienz 4 und Glück 2 und noch irgendwas. Oh ja, das klingt nett. Da hatte ich auch 29 Level und hatte dann Angst zu sterben. Bin deswegen zurück aus der Höhle. Hab dann gelevelt bis ich 30 hat und hab dann was verzaubert. Das war's. Sonst hätte ich geheult. Geheult. Das war sehr clever von dir, Konrad. Das muss man sagen. Was? Wo? Mich hat gerade ein Gas beschossen. Egal. Ich gehe einfach mal durchs Portal. Ich frage nicht. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Landschaft wird heruntergeladen. Das dauert schon mal relativ lang. Bist du ganz weit weg bestimmt. Das wäre ja in Ordnung. Hauptsache 1,8. Alter, das dauert echt lang. Du bist plötzlich in einem ganz anderen Spiel. Solange mir das dauert. Creative Earth. Alter. Ja. Jetzt ernsthaft? Hä? In der Höhle? Aber hey, hier ist die Urit. Geil. Wir sind in 1,8. Und da fällt Kies runter. Okay, alles dreht nur noch durch jetzt. Ist aber auch in Ordnung. Schön voll in der Höhle. Naja, dann können wir gleich mal ein bisschen eine Höhle erkunden. Ist doch auch toll. Scheiß finde ich das Portal nie wieder. Vielleicht bist du gleich beim Enderdrache. Boah, das wäre ja fett. Alter, jetzt ernsthaft? Könnt ihr euch hier in so eine riesige Höhle hinwachen? Und mich da drin sporen lassen? So, wir nehmen erstmal ein bisschen Kack hier mit. Wenn wir schon mal da sind. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, Diorit. Okay, das hier ist Diorit. Kannst du die auch nicht auseinanderhalten? Ähm, Andesit und Diorit ist, glaube ich, ziemlich ähnlich, ne? Ja, und Granit gibt es noch. Das sind die... Das eine ist schwarz. Das ist... Das eine rot, das eine weiß. Ah, ich kenne nur das Rote, siehste. Das Rote ist, glaube ich, Granit, oder? Ja, ich meine. Okay. Da kann man so schöne, schöne polierten Granit, kann man da machen. Kann man schöne Böden machen in den Häusern. Das stimmt, ja. Das kannst du aber mit den anderen auch. Also, es sieht zum Teil echt schön aus. Okay. Ich nehme jetzt hier mal alles mit, auch wenn es nicht so spannend ist. Aber wer weiß, wann wir schon mal hier hinkommen. Wobei, jetzt haben wir die Anbindung. Eigentlich geht es ja jetzt. Die Frage ist halt nur... Ja, wir sollten uns vielleicht hier einfach mal rausbuddeln. Das mache ich aber nicht. Buddel, 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 Buddel. Genau so. Ähm, aber ich glaube, das mache ich nicht jetzt. Die Shader können wir gerade mal wieder reinmachen. Doch. Doch, ich will wissen, wie es oben aussieht. Okay. Dann buddeln wir jetzt gleich mal. Und du sollst Hasen mitnehmen. Oha, Hasen. Das ist eine Idee eigentlich. Aber dann bräuchte ich vielleicht... Dann bräuchte ich vielleicht einen Kompass. So. Quatsch. Konrad, nein, du stößtest mich nicht an mich. Was ein Teufel, ey. Was ein Teufel. Zum Glück durchschaue ich dich. Lisa, wenn du das hörst, nimm nie mit diesem Mann auf. Der will nur dein Schlechtestes. Und er wird deine Verwirrtheit völlig ausnutzen. Nein. Nein. Ach Quatsch, Kompass. Nee, das findest du auch so. Ja. Oder ist das nur bei mir so, weil ich immer so schlaue Kommentare schreibe, dass du jetzt dich rechnen willst. Das würde ich mit jedem so machen. Okay, das beruhigt mich. Ja, ich weiß nicht. Das ist hier so eine Sache, ne. Auf eine Höhlenerkundung habe ich jetzt eigentlich nicht sonderlich Lust, weil ich da jetzt auch nicht drauf eingestellt war. Und jetzt nur das Zeug mitnehmen, also den Diorit Andresit und sowas. Sollen wir mal... Komm, wir hören mal auf deine weisen Worte. Und buddeln uns erst mal raus. Das ist doch mal ein Wort. Pass auf, dann machen wir es hier einfach so, nicht ins Portal. Und buddeln uns jetzt hier hoch. Genau. Auf das die Lava uns entgegenfließe. Und in der Zeit, wo du buddelst, können wir ja Wetten abschließen, in was für einem Gebiet du landen wirst. Das ist eine coole Idee. Ja, ne. Okay, was tippst du, Konrad? Ähm, ich würde mal tippen auf eine Schneelandschaft. Eine Schneelandschaft. Eine Schneelandschaft? Ja. Okay, dann sage ich... Ähm... Das ist eine gute Frage. Wo komme ich raus? Ich sag mal, ich komme raus in einem Grasbiom, also in so einer Wiesenlandschaft. Oder in einer Berglandschaft. Irgendwie habe ich das Gefühl, eins von beiden wird es sein. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil es die relativ oft gibt, glaube ich. Oh, ein Zombie. Hallo. Jetzt haben wir beiden Wetter abgegeben, dann ist es bestimmt ein Wald, wo du rauskommst. Das stimmt, ja. Das kann auch sein, ja. So, jetzt ist aber gut hier mit dem Rumgezombie. So, hier ist noch Eisen, das nehmen wir schnell mit, ne. Eisen sollte man ja immer mitnehmen, denke ich mal. So. Und dann geht's weiter. So richtig im Buddle-Modus. So richtig im Buddle-Modus. Buddle, 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 Buddle. Jetzt muss ich das Lied reinschmeißen. Könnte ich eigentlich machen. Soll ich das machen? Ja, mach. Okay, dann sind wir jetzt mal still und genießen das Lied. Okay, ich höre es halt nicht, aber... Ja, ich jetzt auch noch nicht. Ich werde es im Nachhinein erst einfügen. Da waren Dings drin. Da ist noch ein Dings. Wo war'n? Ein Silberfisch. Aha, sind wir doch beim Enderdrachen. Und da ist auch einer drin, Alter. Komm du nur her. Okay, gut. Hier sind echt viele drin. Ist das ein Zeichen? Wer weiß. Das könnte ein Zeichen. Meine Spitzhack ist kaputt. Okay, ich habe noch eine. Hm. Wer weiß. Aber wir graben uns jetzt trotzdem erstmal hoch. Wir können ja hier mal zwei Fackeln hinmachen, so als... Silberfisch-Signal. Okay. Achso, ich mache jetzt auch mal die Musik im Hinterrot aus und dann kann ich hier das Buddle, Buddle, Buddle reinmachen. Buddle, 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 Buddle. Ah ja, schön geht. Buddle, 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 Buddle Es ist Nacht Sieht aber nach einem Bergbiom aus Tatsächlich Oder? Kannst nicht teufeln Boah, es ist echt dunkel Übrigens auch cool an An diesem Shaderpack ist Du hast hier Spiegelung vom Wasser Ja, das liebe ich an den Shaderpacken Das finde ich fast das geilste an den Shader Und bei dem Pack hast du auch Wassertropfen Die an deiner Sicht runter Ja, runter rinnen praktisch Wenn es regnet Okay Das ist eigentlich auch ganz lustig Okay, es hat aufgehört zu regnen, das ist auch sehr schön Ja, jetzt sind wir hier Oder, ui, hier ist ein Meer Ach du liebe Zeit Ich dachte gerade, es wäre derbediesig Aber hier ist einfach nur ein Meer Du bist am Ende der Welt Wow Heftig Vielleicht finden wir hier irgendwann so ein Tempel So ein Wassertempel Das wäre doch cool Das wäre jetzt ja auch lustig gewesen Wenn du unter so einem Meer rausgekommen wärst Beim Hochbuddel Das wäre allerdings lustig gewesen Vor allen Dingen so richtig in den Tiefen des Meeres Dann wäre ich glaube ich direkt ertrunken Das war knapp Das war wirklich knapp Ja Was ist denn da oben, das sieht doch komisch aus Ja gut, Hasen gibt es jetzt hier eh keine Warum? Weil ich jetzt hier keine sehe scheinbar In den Wäldern sind die meistens irgendwo Ja, hier ist ja so ein bisschen Wald jedenfalls Was ist da hinten? Lava wahrscheinlich Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal Ne, geht ja gar nicht Hier ist ja 1,8 Ups Hier können wir ja noch gar nicht gewesen sein Gut Weg Ich bin ein Skelett, ich spawne einfach überall jetzt Oh, zwei Zombies Das ist auch schön So Bisschen gekloppt Achso, die Musik könnte ich wieder anmachen Ist gerade ein bisschen arg still alles Ah, ja, ja Ich bin gerade am Google wegen den Skeletten im Meter Achso, okay Ja Kannst du uns mal auf dem Laufen halten Kommentar kannst du ja dennoch schreiben Ja, Hasen sehe ich jetzt hier keine Ich würde auch sagen Wir gehen erstmal zurück Die 1,8 Region haben wir jetzt praktisch für uns entdeckt und angeschlossen Das ist ja schon mal sehr, sehr schön Und dann gehen wir einfach mal zurück, würde ich vorschlagen Und kümmern uns um das nächste, was ich vorhatte Nämlich die Monsterfalle Die wollte ich ja jetzt mal anfangen Damit wir auch in Zukunft immer schön viele Level haben Da gucke ich dir jetzt mal ganz genau zu Da mache ich sowas vielleicht auch mal Ähm Ja, ich glaube, das kriegst du hin Weil ich habe das echt Ich werde das mit einer richtigen Bauernart machen Das ist nichts Großartiges, was ich hier vorhabe Du weißt ja, dass ich überhaupt Ich eine Monsterfalle überhaupt drauf gekommen bin Let's Plays zu machen, oder? Durch eine Monsterfalle? Ja Ach stimmt, hast du erzählt Ich habe Richtig, ich habe nämlich Minecraft gespielt und wollte Eine Monsterfalle bauen Und habe dann natürlich auf YouTube Entsprechende Videos gesucht Also Tutorials Und auf wen stößt man natürlich Wenn man Minecraft eingibt in YouTube Egal mit was Genau Und ich habe mich so geärgert Weil der Idiot einfach nicht erzählt hat Wie man eine Monsterfalle baut Aber es Der hat alles mögliche erzählt Nur nicht wie man eine Monsterfalle baut Und ich dachte, was soll das denn? Was soll denn der Scheiß? Aber irgendwie war ich doch ein bisschen fasziniert Und habe dem dann zugehört Und zwar etliche Folgen lang Ja, es ging mir auch so Und so bin ich überhaupt Vorher wusste ich nie mal, dass es sowas gibt wie Let's Plays Okay Das war ja bei mir ähnlich eigentlich Ich habe damals Mario Sunshine gespielt mit einem Freund zusammen Und da wussten wir an der Stelle nicht, wie es weitergeht Boah, zwei Creeper, ja klar Und dann haben wir auch geguckt, wie es weitergeht Und dann sind wir auch auf den Let's Player gestoßen Nicht auf Gronkh, aber Aber ist egal So Und dann sind wir auch auf den Let's Player gestoßen Okay, wir sind auch auf den Let's Factory gestoßen Und dann sind wir auch auf den Let's Fehler θα Vielen Dank.